Oh, ist ganz schön auf Garz. Ja, ja, jetzt hat er ja auf Garz. Ach du Scheiße, wie gebe ich denn Garz jetzt? Normal wie beim... Das sehen wir ja gleich, ne? Stell dir vor, das ist wie das andere Gehaß. Ich halte das mal an. Oh, okay. Oh, Alter. Alter, Alter. Alter, Falter, ey. Mit Slack zu fahren, ist auch nicht so einfach. Juge, juge, ey. Ey, die Jungs, die Aftan. Woh, 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 woh. Schönes Sing. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich hab grad da hinten geguckt. Hahaha, jetzt. Mit ein Hooper. Woh, woh, woh. Oh, die Baustelle. Ja. Der Bauarbeiteradjustment. Oh, woh, woh, woh. Nekomio. Ah. Boah. Oh, die Karrel da auch viel aus, du. Respekt. Ai, 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 ai. Oh, fuck. Fast dich. Geh mal rein. Wir sind ja, wir sind ja sehr da im Klasse. Boah. Ai, 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 ai. I'm fine, I'm fine, keep close. I'm not giving it that easy. Boah. Das ist aber ne ganz schöne, äh, junge Junge. Rassant, rassant. Ich muss die engeren Wege fahren, damit sie sich nicht neben uns setzen können. Wie hier. Ah, Dreckssäcke. Oh, Leute, ey. Geh mit dir auf den Wagen. Huuu. Alter. Boah. Okay, wir sind wieder auf der Straße. Höh, he, hoah. Hei. Oh, Leute, Leute. Tunnel. Boah, leck mich doch. Elektronier, was macht da den? Alter. Ach, Scheiße. Yeah, yeah. Ah, fuck. Er ist, du kommst ja wohl nicht mehr raus, wenn die einfach zur Seite grammt haben, dann bist du von Pfeil. Shit. Fangen wir wieder von ganzem Wolle an. Das ist das denn für ein Fahrrad, na. Oh, ne, wo, da. Ach, guck, hier. Na, drei Fahrer gewesen. Jetzt aber schon mal ein Tunnel zu machen. Oh, leck, oh, wie, oh. Ach, Mensch. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Was soll ich denn machen? Geh, oh ja, das. Wenn die Bullen endlich nicht wegkrapfen. Das ist immer fernhalten, nein. Wo, 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 wo. はい、ごめんね she's too far wie'd they do that? i can't hit anything while you drive like a ass i'm doing my best over here now it's like me ohhh alleluia they see we flying Die hat ihn! Man sieht die Straße gar nicht von unterbäumen hier. Das ging ziemlich fix mit dem Lagerband. Stop! You're under arrest! Stay where you are! Das ist glaube ich kaum. Stop! Ja, ja! Let's go! Come on! Get those bastards! Come on! Go, go, go! We can't stay here! Renn einfach! Ich renne einfach! Ich bin gut! Oh! Du hast einen Fasselboot! Ja! Du hast einen Fasselboot! Ja! Ich bin auch da! Los weiter! Go, go, go! Bei unserem Glück glaube ich wir kommen gleich zum Wasserfall. Boah. Bei unserem Glück warten wir jetzt direkt zur Policestation. Black Romeo! Alter Finne! Okay, der Policestation ist gerade auch noch im Einsatz. Ja, okay. Woher die hell ist das, wo wir uns nehmen? Ich habe keine Ahnung. Aber je weiter weg, desto besser. Boah! Ja, ich glaube, du bist richtig. Okay, start rowing. Oh my God! Also schön! Partoniert mich klar! Ich puisseיה malen! Mal aus, die ich попробu Exactly! Ich erzähle mich zum Wasser also! Obtrunde auch ein Scharke, Leo. Was he IN поickeren? Wie ist denn? Höst Wie viel? Her ist so, wie ich das qui habe. Und das ist was ich ! Wie sein。 Beispiel Süßle! Ja, egal. Ein Fisch. Wahrscheinlich 7. Ein Lachs wäre schön. Es könnte ein Krokodil sein. Krokodile gibt es hier nicht. Ich mag nicht Krokodile. Das ist eine schöne Hängekülle. Ja. Du denkst, es gibt keine Beine in den Wald? Es gibt wahrscheinlich Beine in den Wald. Nimm es mir recht. Links, links, links. Du musst! Du musst! Ja, ich mach da schon! Oh nein, Stromschnell! Heieieieieiei! Jetzt wird's nochmal kribbelig! Kribbelig! Du musst, glaub ich, ne? Was ist denn das hier? Guck mal, wie das halt kubbelig... Nee, guck mal, wie das hier rum... Heieieieiei! Halt! Schau, Ruck! Eieieiei, oh, das war ordentlich. Ich glaub, wir gehen noch mal baden. Rechts, 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 wieso rechts, rechts, rechts? Wir fahren. Du musst jetzt! Ja, ja, ich hab jetzt. Hey, warte, einige röhe Streamen vor. Oh, warte, ich warte mal. Okay, dann müssen die beiden Jungen abhinken, müssen wir auf den Fluss, damit wir mal launchen. Jawoll! Bei Origin gibt's das Spiel. Das ist schon, glaube ich, zwei Jahre alt. Das ist eines der besten möglichen Spiele mit Karriere. Ja, also Coop ist halt wirklich... Coop ist halt wirklich richtig... Ich glaube, du sprach zu schnell, Leo. Und es sollte viel mehr solche Spiele geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade für Let's Plays oder so. Let's play the end! Ich mach schon, ich mach schon! Wo... 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 Wo wächst sich ja noch rechts, der Depp! Nach links. Puck! Kurzvorschluss, Kurzvorschluss! Kurzvorschluss... Aber... Wir wissen, wir wissen, echt, wir mal patten in den Haaren. Ich? Ich bin hinten, du hast mehr Kontrolle vorne. Hier, guck mal, wie wir da fließen, Alter. Ich wüsste gar nicht, dass man Wasser trifft. Ich bin schon dabei, ich bin schon dabei. Ich bin schneller, genau nicht als Extritten hier. Aber zum Glück sind da noch ein paar Schnellen gewesen, ey. Paddle, paddle. Jetzt nicht. Oh, was machst du? Au. Das war's gut. Waterfall, Waterfall. Oh, leckumio. Das Ding mal wieder gerade bringen hier. Warum wechselt der immer rüber? Ich trink doch gar nicht den Stick. Oh nein, komm rund. Na dann jetzt. Oh, schau mal, ey. Okay, ich gehe auf meine Seite jetzt. Die du auf deine Seite jetzt. Ja, ja, hab ich. Ich patte, ich patte, ich patte, ich patte, ich patte. Na, sieht gut aus, ne? Ich weiß ja nicht. Alter. Warte, ich mach, ich mach, ich mach. What's up with a rock? Oha. Oha. Du musst, du musst, du musst. Ich mach doch schon, ich mach doch schon. Nein. Nein, das wird nicht, das wird doch nicht. Alter, Finne. What the fuck? Oha. What the fuck? Genau wie dieses Teil, das hängt nicht gut. Euro und er wird es gepackt Prozent Klaus Hügel Prozent Prozent ich kann nichts mehr Aukarren Rundfunk ich komme schon bis zu über Ah, wenn denn das Wasser ist ganz schön hart. Los, hoch jetzt! Alter! Jung, 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 jung. Autsch! Ich bin doch schon dabei, Mann, ich komm doch! Ah, ja. Huh! Nice! You okay? I'm okay. Alter. Let's get out of here. Alright. Ach, alles, kein Problem. War easy. Ja. Ich weiß nicht, was er hat, oder? Ja, ich auch nicht. Ach, ich war nicht geplant. What of you, huh? Ja. So? What happens now? Ja. Look. I know what you're thinking. But going after Harvey won't be easy. I know. But I'm going after him. With or without you. You want to end up dead? I want him gone. He's a cold-blooded killer. The world's gonna be a better place without him. So is it. You've never told me, Leo. You've never told me, Leo. What is your story with Harvey? Before I got busted, me and Harvey made a huge score. Bank job? No. You ever heard of a black orlov? Are you serious? The diamond? How the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck. So what happened? Everything was going our way. We even had a buyer. But that greedy fuck had other plans. Das ist Harvey hier rechts, ne? Hier geht's. Was denkst du? Severe als ich dachte. Es ist. Es ist. Ich habe den Busschen mit euch. Ihr, auch. Gib mir die Bussche! Was die Bussche sind? Gib mir die Bussche, Leo. Hand es jetzt. Das ist nichts Personal. Das ist nur Bussche. Gib mir die Briefcase. Das ist sicher. Was ist die Bussche? Ich habe den Busschen. Was ist das? Ja, Klan. Das ist schwer. Ich bin dran. Der wird mir dran. Ich mache alles richtig. Für mich. Und für meine Familie. Hm. So, du kennst du, wo Harvey ist jetzt? Ich kenne einen seiner Leute, Ray. Du wirst sicher wissen. So? Was für uns warten? Lass uns nach ihm gehen. Ah, schnapp ihn. Und auf geht's. Du willst wirklich nach Harvey nehmen, oder? Wie gesagt. Mit oder ohne dich. Ich gehe nach ihm. Okay. Okay. Wo können wir diesen Ray finden? Keine Angst, er wird leicht zu finden. Aber ich muss sicher, dass meine Familie安全 ist. Ich gehe zuerst. Natürlich. Lass uns gehen. Lass uns gehen. Lass uns gehen. Aber vorsicht, man nennt ihn in den Fachkreisen auch X-Way. Oh, eine gute Ausstellung, oder was? Ah, der war flach, ich weiß. Ah, hier ist die gutste von... von dir. Und dein Söhnchen. Der hat sich natürlich nicht an gedacht. Ja, da hat sich natürlich nicht an gedacht. Alex? 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 Alex Hunter und sein Junge Leo Can I ask you something personal? Yeah, sure How do you and your wife manage to stay together in this line of work? We've always been together You know she knows me better than I know myself I was 12 when we met at the orphanage Orphanage? You could say that my parents didn't do their job I'm sorry to hear that Don't be I barely remember them Besides I was fortunate enough to have Linda She was crazy You know we used to run away together Steal ice cream Cigarettes Shit It's always been us against the world Still is No matter what That's just how it is Sounds great The End 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 Läuft so schnell wie die Zeit, alles dunkel Doch ich bin zu allem bereit, ja zu allem bereit Ich werd niemals vergessen, wie das alles begann Mit einem Stift und einem Zettel, doch es fängt gerade erst an Bin bereit, um zu sehen, was noch kommt Ich bin bereit, um zu sehen, was noch kommt Oh, 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 oh So viel geweint, so viel gelacht Ich hab so oft gehofft, dass alles passt Bin mittlerweile 23, würde gerne vieles vergessen Doch ich kann es nicht Papa war nie da, Mama hatte keine Zeit Also ging ich, wie immer, mein Weg, allein Musste mich befreien von diesem negativen Vibe Doch wie du vielleicht weißt, ist das alles nicht so leicht Probleme, die dich runterziehen, machen es dir schwer So sein, wie du bist, ist eigentlich Trist Doch befreit dich von dem Mist Du musst was erreichen, nicht mehr ausweichen Auch wenn sie alle sagen, dass du es nicht schaffst Geh deinen Weg allein und zeig allen, was du erschaffst Bis keiner mehr lacht Nein, bis keiner mehr lacht Oh, I could be the best.